Hallo zusammen, es geht weiter mit Fortnite. Wie Spaß beim Zuse, wünsche ich euch in den legendären Herausforderungen der 9. Woche Fortnite Chapter 2 Season 7 und der Phase 5 von 6 müssen wir einen Bio-Scanner in einer Alien-Landschaft platzieren. Das geht hier scheinbar nur in Holly Hatchery. Ja, dann mal los. Dann suchen wir mal. Hier ist der Bio-Scanner. Perfekt. Auch erledigt. Danke fürs Zuse... Ach, was hast du denn hier? Weg, tschüss! Danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ich hau jetzt auch ab.